Norddeutscher Rundfunk 2021 Liebling? Schau mal. Nein, nein, vielleicht und ja. Brauch ich nicht mehr, kann weg, benutze ich manchmal. Und mein Haartrockner bleibt schön hier. Nein, 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 ich will doch nichts wegschmeißen. Ich plane eine Überraschung. Ich hätte mich auch auf meine Kreuzfahrt gefreut. Also ich war als Kind schon so. Ich hatte da so einen Spezialbaukasten und mit dem habe ich meinen ersten Roboter gebaut. Ich weiß. Mit dem Ding war ich damals ganz weit vorne. Hattest du mir dafür nicht schon einen schönen Platz im Keller gefunden? Aber eigentlich geht es um etwas ganz anderes. Um unsere Klimaanlage. Ach. Ich habe da mal was vorbereitet. Das ist unsere Klimaanlage. Wow. Also pass auf, da ist Eis drin. Hier strömt die gebrauchte warme Luft rein. Und hier kommt die frische, kühle Luft wieder raus. Und der Staubsauger? Der ist eigentlich dafür da, zu zeigen, wie die verbrauchte Luft eingesaugt wird. Wie hat wirklich jemand zu wenig frische Luft bekommen? Oh! Oh! Hey, du hast meine Auge drin! Oh! Vorsichtig! Warte! Ich wollte nur eine Klimaanlage für unsere Wohnung. Und ich wollte dir einfach nur das Thema nahe bringen. Danke. Das war nah genug. Schatz, das ist ein Kältekreislauf. Das Kältemittel transportiert die der Raumluft entzogene Wärme vom Innengerät zum Außengerät. Und dort kühlt sie sich über einen Wärmetauscher ab. Und das abgekühlte Kältemittel fließt dann zurück zum Innengerät, um erneut Wärme aus der Raumluft aufzunehmen. Klar? Ja, aber genau das wollte ich dir doch mit dem Experiment zeigen. Das hättest du auch einfacher haben können. Dein Bier im Kühlschrank wird nämlich mit dem gleichen Prinzip gekühlt. Das habe ich gewusst. Sie sind auf der Suche nach einer Klimaanlage? Auf mitsubishi-les.com slash klimafürzuhause finden Sie relevante Informationen, die Ihnen die Entscheidung leicht machen. Und den passenden Kälteklima-Fachbetrieb gleich dazu. Technik ist irgendwie auch ein Hobby von mir. Ja eben. Und deshalb bin ich ja so froh, dass ein Klimaanlagen-Fachmann das hauptberuflich macht.